Musik Hallo! Hallo! Also für uns und für die Kinder ist das ein Tag, wo ganz viel Ablenkung ist, wo man einfach den Alltag mal wieder kommen lassen kann und man freut sich einfach, dass so ein bisschen Normalität hier herrscht. Direkt, wenn die Spieler reinkommen, dann sieht man, wie die Kinderaugen anfangen zu leuchten. Die Kids haben riesig Spaß mit den beiden gehabt heute. Das war schon eine runde Sache. Das war total klasse. Also es war richtig schön, auch mal Profifußballer zu sehen, wie sie mit Kicksteig umgehen. Musik 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 Musik